Hallo Freunde, willkommen zurück. Ich bin schon total in Form und hier sind die In-Form-Spieler der Woche. Ich finde nicht so die Reißer dabei, außer hier die Maria ist natürlich dabei und der Silva. Das sind natürlich hier die zwei, die sehr begehrt sein werden. Dann ist hier noch der Pazzini dabei. Aber wir fangen mal ganz hinten an im Tor. Hier der alte Holländer am Start. 81 Hechten, 86 Reflexe. Gut, finde ich jetzt nicht überragend, aber für ihn ist es wahrscheinlich schon ein Top-Wert. Piszczek ist dabei. Der war ja sowieso schon eigentlich super gut auf der rechten Seite. Wurde ja eigentlich nur von Philipp Lahm getoppt in der Bundesliga. Jetzt hat er 87 Geschwindigkeit, 83 Verteidigung, 82 passen. Auf der linken Seite der Kollege hier von Mailand. Dann haben wir hier noch einen linken Verteidiger, ein Brasilianer, Lobo Silva. Dann hier der Di Maria. 90 Geschwindigkeit, 88 Dribbeln, 83 Schuss. Das lässt sich sehen. Der wird sehr begehrt sein. Ja, Holpi haben wir noch als offensiven Mittelfeldspieler dabei. 80 Geschwindigkeit, 77 Schuss, 83 Pass, 84 Dribbeln. Boah, können wir mal nehmen. Auch nicht sehr überragend, aber immerhin. Gut, und das hier ist natürlich der Star der Woche quasi. Der Onkel Silva. 80 Geschwindigkeit, 83 Schuss, 88 Passen. Für den linken Mittelfeldspieler schon ordentliche Werte. So, dann haben wir hier den Tamanu, den Franck. Auch linker Mittelfeldspieler. Ja, im Vergleich natürlich zu dem anderen Kollegen deutlich schlechtere Werte. Dann haben wir hier den Altidore. 77 Geschwindigkeit, 80 Schuss. Na ja, für den Stürmer annehmbar, sage ich mal. 84 Kopfball ist natürlich auch okay. Ja, guter Allrounder, aber der wird auch nicht der Held auf dem Erdbeerfeld werden. Dann haben wir hier den Pazzini. 78 Schuss, 75 Geschwindigkeit, 88 Kopfball. Ja gut, Kopfball ist gut. Schuss ist auch okay. Geschwindigkeit ist erträglich. Wird auch nicht der Ohrbringer sein. Dann haben wir hier noch den Castro. Hat auch, wir haben ja immer Durchschnittswerte. Und dann kommen wir schon zur Ersatzbank. Hier, da haben wir den Schmeichel. Der hat für einen Silberkeeper eigentlich gute Werte. 78 Hechten, 81 Reflexe. Das ist schon mal okay. Der wird einiges wert sein bestimmt. Dann haben wir hier Mustafa Ozzala. Den Kollegen kenne ich gar nicht. Linker Verteidiger. 72 Geschwindigkeit, 67 Verteidigung. Dann haben wir den Ben Davis. Oh, nicht der überragende. Hier, 67 Verteidigung, 74 Geschwindigkeit. Dann haben wir hier Pogba. 74 Geschwindigkeit, 71. 79 Schuss, 79 passen 81 drüber. Na gut, für einen defensiven Mittelfeldspieler gar nicht so blöd. Aber der entscheidende Wert, nämlich die Verteidigung, ist gar nicht so hoch. 70. Im Sturm ist er wahrscheinlich besser als in der Verteidigung. Dann haben wir hier den Heiden. Stürmer mit 64 Geschwindigkeit, würde ich nicht unbedingt aufstellen wollen. Aber 76 Schuss ist schon ordentlich für den Silbernen und 81 Kopfball auch. Russell haben wir hier, 81 Geschwindigkeit, 70 Schuss, 78 Kopfball. Das ist auch okay. 79 Dribbeln. Ja, den könnte man bringen. Und zu guter Letzt haben wir hier Mokulu am Start mit 75 Geschwindigkeit. 61 Schuss für einen Stürmer ist natürlich nicht so schön. 76 Dribbeln hat er noch und 74 Kopfball. Na Freunde, das ist das Team der Woche. Der Fokus liegt wahrscheinlich diesmal auf den Goldspielern und nicht auf den Silbernen. Das heißt, die Goldverträge werden wahrscheinlich ganz schön in den Keller gehen, weil alle natürlich jetzt versuchen hier, den David Silber und den De Maria zu ziehen. Das heißt, ihr könnt nachher wieder richtig Schnäppchen machen bei den Verträgen und die ein bisschen halten und dann könnt ihr die ordentlich wieder verkaufen. Gut Freunde, das war es von mir für heute. Ich sage Tschüss und bis bald.